Und weiter geht's Willkommen wieder bei Westerkulm, laula Und jetzt geht's weiter Das musste jetzt sein Kann doch nicht wahr sein, wie lange soll der Scheiß noch gehen Aaaaaaah Schau wir haben gewonnen Ununterbrochen seit, keine Ahnung Es ist ein Rollenspiel Du bist, du bist Schwarzenegger Ja ich kann doch nicht lesen Ich kann doch nach verschoben Oh shit Jetzt? Ja Das Imperium ist zerstört Wir haben's geschafft, wir haben's geschafft Sylvi... Sylwina Kirchges Ähm Es ist jetzt nur zu Ende Meisterdrachen Unser Imperium ist nun zerstört Unser Imperium ist nun zerstört Deren Imperium ist nun zerstört Deren Imperium ist nun zerstört Schau Tenga, wir haben gewonnen Wir haben das Imperium besiegt Oh, oh, oh He He Oh, oh He He Zieh mich nicht so Ich mag das nicht Oh, sorry He 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 Bist du nicht glücklich, bevor du dich selbst ins Grab springst? Ja, auch mich alter Mann zu nennen! Wirst du jetzt alle 108 sprechen? Na klar! Schein mal nicht, es gibt Black-Screen! Ich kasse das Spiel! Meister Yukan! Die Stimmen! Haben wir gewonnen! Wenn die aufhören, wenn da irgendwelche Teile aufkommen, bitte nicht mehr weiterreden, ok? Ja! Ja! In der Tat, denke ich mal! Was machst du mit Teile? Ich sehe, Meister Lukian! Ich... Piss auf den Krieg! Ich... 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 Was? Jetzt bin ich militärischer Strategist und... ...nahm noch mehr Leben! Ich... War das die richtige Sache! Ich... 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 Ah, gut. Komm. Ah, kakaal. Ich werde versuchen, wo es jetzt auf Englisch steht, was selbst drüber zu schreiben, also das zu bearbeiten, dass man das auf Deutsch sieht. Ansonsten wäre das jetzt viel zu viel zum Vorlesen, würde ich sagen, weil das sind wirklich dann alle 108 Charaktere. Ernsthaft, alle 108? Ja. Jede einzelne, das sozusagen, was so gemacht wurde, nachdem das jetzt der Sieg kam. Ja, deswegen. Ja, sonst ist es halt so. Ja, das sind eine ganze Menge, ne? 108? Das dauert. Boah. So, so sieht es halt aus. Jetzt ist das Spiel eigentlich vollendet. Ach, 368 Parts. Wo hast du vielleicht? So, so kühlten 368 Parts. Ja, ich denke mal, ich werde wirklich dann, wenn ich Sekunden 2 starte, mache, die Kämpfe einfach rausschneiden. Das spart viel Zeit. Und ja, vielleicht sind es nur noch 3 Parts weniger. Haha. Vielleicht nur alle unnötigen Kämpfe. Ja, das ist ja schon klar. Das sind keine, äh, keine wichtigen Kämpfe, sonst wie Bosse oder sowas. Also 1, 2 normale Kämpfe kannst du ruhig nur drin lassen, so in 10 Parts. Ja. Ansonsten, falls ihr was dagegen habt und 10 sagt, nein, wir wollen den ganzen Scheiß sehen, wie du auf die Fresse bekommst und verreckst oder wie du anderen auf die Fresse gibst und die verrecken. So schreibt das einfach unter die Comments. Jetzt kommen eh erst mal andere Projekte zu Ende wieder. Wie Gothic. Da habe ich auch schon... Ja, Serious Sam. Ja, Serious Sam. In Gothic habe ich schon, ähm, 1, 2 Gäste, die mir bei weiterhelfen, weil ich irgendwie, äh, jetzt erstmal total durcheinander bin. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Es ist einfach schon viel zu lange her. Wo wir dann alten Part sein, das hilft mir zum Beispiel. Ja, ich weiß auch schon, wo ich genau bin, aber ich weiß nicht ab diesem Punkt schon lange nicht mehr, wie es weitergeht. Das ist was anderes. Das ist halt die Sache. Und man höre die wunderschöne Musik. Ich höre andere wunderschöne Musik. Ja, der... oh mein Gott. Ich hoffe, dass man... ich glaube, man sieht das mit dem Skype nicht. Ja, bei mir ist gerade auch einer online gekommen. Ja, der ist auch bei mir online gekommen. Ach, bei dir auch? Ja. Ein Anrufer? Hm. Ich rede mit dir. Da schreibt mich gleich angefragt, warum ich immer noch nicht gekommen bin. Also, warum ich mich noch nicht gemeldet habe. Tja. Du kannst ja... Ihnen die Wahrheit schreiben. Du hast ne Affäre. Ich werde es dann gleich erklären, wenn wir uns treffen. Ja, so ist es halt nun zu Ende. Ach, eine Ehre ist vorbei. Ja, wir sind jetzt ja schon... Ach Mist. Es stehen keine Nummern da. Also, dass ich sagen könnte, wie viel... Welcher Nummer wir jetzt schon sind. Gehen sie der richtigen Reihenfolge durch? Also... Mh... Den... Den... Diese Tafel nach. Den... 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 Den gucke ich mal eben nach, ob ich den... Deinen Link noch finde. Da muss das noch ein bisschen auf jeden Fall... Und da muss das noch ein bisschen auf jeden Fall... Ich will noch ein bisschen hoch scrollen. Guuuut... Wir schreiben uns viel zu viel. Tja, siehste... Auf früher war es mehr. So, da haben wir es. So, welchen Namen kommt gerade? Kai... Lotte... Mei... das ist wenn er mir den falschen scheiß gegen griffen hat okay wo sind wir jetzt bei leicester antonio lässt die köche 39 93 ach so sonst fast durch ja wo denn für jetzt nein dann wird es schon demnächst falls es zu einem sein so Und das ist der Film, die Serienfrasa Rune. Jetzt gleich kommen noch mal die Credits. Ja, und das sind jetzt die Credits, aber die werde ich nicht mit rein machen. Nicht? Oh. Na gut. Da sehen wir den Producer, Kitao Kazumi, den Supervisor, Jonoka Brava, das weiß ich nicht. Soll ich vom Anrufer grüßen? Oh, danke, liebe Grüße zurück. Den Sturmfried, aha. Oh, ich glaube, mir hört mich tippen, ne? Ja. Super. Ist ja der Hammer. Kacke. What the moon? Gott, er hat es richtig geschrieben. Wie schlimm, wenn man jemanden anschreibt, dass er zurückschreibt. Ja. Das kann man ja gar nicht erwarten. Ich voll vertippt, das ist, aber ist mir egal. Ich dachte, YouTube hilft, aber nein, ist nicht so. Was, YouTube? Was? Da muss ich ja mir echt noch mal dein, dein, dein komisches Ding anhören. What the fuck? Was denn? Hä? Hä? Kann sein, dass bei dir die Videosequenzen fehlen? Bei mir? Ja. Wie, die wählen. Okay, nee. Ich habe hier gerade ein Video zum informieren über den Abspann. Und da gibt es im Abspann auch Videosequenzen. Hä? Nee. Da gibt es keine Videosequenzen. Auf jeden Fall, der Abspann ist verflucht lang. Da wo wir gerade sind, ist es 50, da gehen wir jetzt, sagen wir, schon mal drei Minuten. Und der gesamte Abspann ist zehn Minuten lang, also sind wir noch, gibt es insgesamt sieben Minuten lang Abspann. Ähm, ebenfalls in Silikonen 2 gibt es auf jeden Fall Videosequenzen, aber. Oh, das ist Silikonen 2. Uuuuh. Hey, super, da kenne ich ja sich jetzt, ich bin auch so geil. Oh, geil. Also, die Grafik ist ein bisschen anders, ne? Ja, definitiv, das fällt mir jetzt gerade auch auf. Ich habe mich schon gewundert, warum hat das so ein gutes Bild, der Wichser? Ich meine die Silikonen 2, alle haben hier Silikonen 2. Ja, weil es auf Deutsch kaum gibt, Silikonen 1, das ist die Sache. Es kam ja auch offiziell nicht in Deutschland raus. Also nicht wirklich. Genauso wie der dritte Teil, der kam ja gar nicht raus in Deutschland. So, verarsch mich nicht. YouTube kommt jetzt bloß nicht auf die Idee, mich so sehr zu verarschen. Wo sehr kannst du mich gar nicht hassen? Ach doch. Scheinbar schon. Also. Wo sehr können die einen doch nicht hassen? So muss ich alles. Weil da mal die Klappe, soll ich da einfach mal Ton aus? So, so, im ersten Teil ist der Abspann 5 Minuten nur lang. Naja, da haben wir schon fast sicher nicht geschafft. Da haben wir nicht geschafft. Außerdem, falls es hier jemand drauf noch anguckt, den Abspann, ich glaub der nicht, weil... Na guck mal, wir haben schon hier Konami, all... Das, was ich... Super, ich brauch so lange, wie der Abspann läuft, zum informieren, wie lange der Abspann geht. Ist ja auch interessant. Boah, bin ich langsam. Tja. Oh, ich bin müde. So, jetzt musst du noch was kommen. Was ganz wichtig ist. Komm. Ja, jetzt kommt da noch was. Oh Gott. Nicht wahr. Doch. Der Drachen und der Gremium gehen aus der Hauptstadt raus. Wow, wie interessant. Das musste man jetzt auch unbedingt nochmal sehen. Ja. Nämlich, und zwar... Da gibt es verschiedene Bilder. Abspannbilder, wenn ich mich nicht irre. Bist du jetzt schwul, oder wie? Hä? Weil du mit Gremio rausgehst. Oder ist Gremium Kerl, oder Frau? Das ist ein Kerl eigentlich. Ja, also bist du schwul, denn du gehst mit Gremio. Und nicht mit Cleo, oder so. Cleo mag mich nicht. Ich lese ihn mal in ihren Tagebüchern. Na gut. An dieser Stelle werde ich jetzt das Spiel mit beenden, und... Am Ende des Spiels beenden ist auch irgendwie eine logische Schlussfolgerung. Ich weiß, das kann ich sehr gut manchmal. Ja, ich bin sehr stolz auf dich. Ja, siehste. Gut. So, und jetzt kann ich auf mein Ende aufklären, warum ich in den letzten Parts jetzt so oft dabei war. Das klingt nicht daran, dass ich irgendwie Lust dazu hatte. Nee. War mehr der Grund, dass ich ihn überprüft habe, ob er das Ding auch richtig ordentlich macht, um zu überprüfen, ob er es auch kann. Ob er weiterhin in der GEMA-Gemeinde bleibt. Und Drachen, ich kann dir sagen, du hast jetzt auch offiziell entstanden, du darfst weiter drin bleiben. Boah, das wollte ich... Das dachte ich, wir kann ich jetzt eben bringen. Na ja, ich verabschiede mich hier an dieser Stelle. Ja, ich mach das auch gleichzeitig mal, weil was soll ich weiter noch quatschen, wenn er ist verschwindet. Gut, tschüss. Tschüss.